Das Glaskugelhaus Dresden befindet sich am Wiener Platz, Fagerstraße, in Dresden, gegenüber dem Hauptbahnhof. Der Bau ist ein Haus in Kugelform, die einen seltenen Bautypus darstellt. Geschichte Das Glaskugelhaus geht auf einen städtebaulichen Wettbewerb zum Wiener Platz im Jahr 1993 zurück. Den ersten Platz des Wettbewerbs errang das Kölner Architekturbüro Marons, das sechs aneinandergereihte kubische Häuser entwarf. Dieser Entwurf wurde später durch das Büro Architekten am Körnerweg Siegbert L. Hatzfeld, Dresden und WMB Architekten überarbeitet, das die Kugelidee einbrachte. Das Architekturbüro Siegbert Langner von Hatzfeld greift dabei die Idee des Kugelhauses von 1929 am Großen Garten auf und setzt sie in Glas um. Parallel dazu strebt ein Verein die Rekonstruktion des alten Kugelhauses an. Der als freistehende Kugel entworfene Bau ist bei der Realisierung keine freistehende Kugel geworden. So wird der Kugelbau von Kuben rechts und links flankiert. Nur das Obergeschoss der Glaskugel ist als freie klare Form erkennbar. Am 13. September 2004 fiel der Startschuss für den Neubau des Kugelhauses, ursprünglich als Wissenschaftszentrum geplant, dass eben diese einem breiten Publikum nahe bringen sollte, stand jedoch bereits zu Beginn des 16-Millionen-Baus fest, dass es überwiegend kommerziell genutzt wird. Die Kugel allein bedeutete eine Investition von 2,5 Millionen Euro. Der Bau wurde am 30. Mai 2005 eröffnet. Beschreibung Architektonisch gesehen hat das neue Kugelhaus nur bedingt etwas mit seinem Vorgänger zu tun, denn im neuen Gebäude wird die sechs Stockwerke hohe Kugel von dem viergeschossigen Hauptgebäude umschlossen. Damit genügend Flächen für die kommerzielle Nutzung zur Verfügung stehen, wurden die Geschossdecken im Inneren bis an die Glasflächen geführt, sodass der sphärische Raum im Inneren bis auf den Restaurantbereich im Obergeschoss praktisch nicht mehr wahrnehmbar ist. Kritik Falljäger vertrat in der sächsischen Zeitung die Meinung, die Kugelform sei, zu Recht ein seltener Bautypus. Fotos